Im Vorwort zum Jubiläumsheft übermittelt der erste Vorsitzende des Musikvereins Almenrausch-Schreelingen, Günther Dittlinger, allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und allen Freunden der Blasmusik einen herzlichen Willkommensgruß. Er führt weiter aus. Zum Jubiläumsfest des Musikvereins Almenrausch-Schreelingen ist es mir eine große Ehre und Freude, alle unsere Gäste aus nah und fern in Rehlingen herzlich willkommen zu heißen. Mit 75 Jahren hat der Musikverein Almenrausch ein stattliches Alter erreicht. Dies ist für uns auch der Anlass, dieses Fest als internationales Festival der Blasmusik gebührend zu feiern. Gerade in der heutigen Zeit, wo das Wort Fremdenfeindlichkeit Schlagzeilen macht, ist es für uns eine moralische Pflicht, auf der kulturellen Ebene internationale Aktivitäten zu entwickeln und Fremdenfreundlichkeit zu praktizieren. Wir sind deshalb stolz darauf, dass wir bei unserem Fest Blasorchester aus der Tschechischen Republik, aus Ungarn, Holland, Frankreich, den USA und Deutschland zu Gast haben werden. Aufgrund der Internationalität unserer Veranstaltung ist es uns gelungen, als Schirmherr, den Bundesminister AD Hans-Dietrich Genser zu gewinnen. Hierfür waren wir ihm sehr dankbar, denn durch seine Anwesenheit hätte er unserem Fest einen besonderen Charakter verliehen. Leider musste er aus persönlichen Gründen kurzfristig absagen. Für ihn übernahm der Landesvorsitzende der Freien Demokratischen Partei Saar, Dr. Harald Gronauer, die Schirmherrschaft. Wir wünschen allen unseren in- und ausländischen Musikern, dass sie unvergessene, positive Musiktage in Redingen in der Gemeinschaft der Musikfreunde und der örtlichen Bevölkerung erleben werden. Seit dem Gründungsjahr 1919 haben sich Frauen und Männer über viele Jahrzehnte für die Blasmusik, das edle Kulturgut der Volksmusik eingesetzt und mit viel Idealismus bis in unsere heutige Zeit bewahrt. Den Gründern und allen, die bis heute in unserem Verein aktiv tätig waren, sind wir bei diesem stolzen Jubiläum zu Dank verpflichtet. Sie schufen die Voraussetzungen dafür, dass die heutigen Mitglieder mit der Bevölkerung dieses Fest feiern dürfen. Es ist uns deshalb ein echtes Bedürfnis, allen, die sich in irgendeiner Art und Weise um den Musikverein verdient gemacht haben, ein aufrichtiges Dankeschön zu sagen. Mit unserer Musik wollen wir das Erbe unserer Väter an unsere Jugend weitergeben. Denn ein Volk ist... Musik 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 Zur Begrüßung treffen sich Abordnungen der Vereine und Musikgruppen im Rathaus Redingen-Siersgurg. Es ist sehr heiß draußen und man ist dankbar dafür. Musik 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 Es ist Samstag, der 2. Juli 1994, kurz vor 20 Uhr. Auf dem Festprogramm steht Geburtstagsbankett. Festredner ist Dr. Harald Kronauer, der Landesvorsitzende der Freien Demokratischen Partei Saar. Musik Mitwirkende an diesem Festabend sind der Musikverein Almenrausch gemeinsam mit dem Männergesangverein Germania und dem Kirschenchor Cecilia. Außerdem mit dabei sind das Stadthorchester Cibor aus der Tschechischen Republik, das Blasorchester Dunakeschi aus Ungarn und die Dixi-Kapelle de Flanellen aus Holland. Die Moderation hat Paul Zimmer Junior. Musik Allmählich treffen die Ehrengäste ein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020